Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Folge Nummer 13. Wir sind vor unserer Hütte. Wir haben in der letzten Folge da oben das Fundament für unseren Turm gelegt. Da oben sieht man ihn ganz, ganz klein. Ich wünschte, ich hätte eine Lupe. Da, ganz klein. Kann ich gar nicht ranzoomen. Ist dumm. Wie man sieht, habe ich ein paar Änderungen an der Facecam vorgenommen. Erstens, andere Position. Zweitens, schwarz-weiß. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, prob ich es mal aus. Vielleicht sieht es besser aus. So, drittens. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt. Die Webcam war schon wieder asynchron. Es heißt, ich probiere mal in 30 Frames aufzunehmen anstatt in 60. Vielleicht hilft das ja. Wäre schade, wenn es an den Frames liegen würde. Weil ich mag eigentlich in 60 Frames aufnehmen, weil das Spiel läuft ja auch in 60 Frames. Naja. Genug davon. Was machen wir denn in dieser Folge? Ich habe mir eigentlich überlegt, wir entdecken nochmal kurz die Mine. Dafür bräuchten wir aber natürlich, also wir konnten nochmal die Mine, für die ich mir übrigens einen Namen ausgesagt habe. Und zwar die Mine, oder die Liedsang-Mine. Ja. Wenn man nämlich daran Mine arbeiten will, also Stein oder Kohle oder sonst was abarbeiten will, dann muss man sinken. Das geht nicht anders. Haben wir doch irgendwo Holz noch, oder? Ein Brett. Gut. Ach, hier haben wir noch Stücke. Das heißt, wir müssen mal wieder Holzhacken gehen. Haben gar keine Zeit für ein Ding eigentlich, ne? Machen wir den Axt. Oder haben wir noch eine Axt? Ne, wir haben keine Axt mehr gehabt. Ne. Gut. Dann machen wir noch eine zweite Axt und eine zweite Steinspitzhacke, würde ich sagen. Und dann legen wir die mal da rein. Die Pfeile und so, sie können wir mal raustun. Steintreppe, Holzhacken. Das kann ich eigentlich mal in die Toe tun, die Steintreppe. Und, äh, Pilze, Knochen. Nein, die Knochen behalte ich mal. Für den Fall, dass wir Wölfen begegnen. Holz, Axt, Kohle. Weiße Wolle, Feuerstein, noch eine Axt. Die Fackeln und sowas behalte ich. Noch mehr Kohle. Pfeile. Pflastersteine. Holz. Und Weizen behalten wir auch mal für den Fall, dass wir Tiere treffen, die wir bekehren wollen. Ähm, ja. Ach, noch mehr Stein. Okay, den können wir auch weghauen. Oder? Ja doch, den hauen wir auch weg. Bogen können wir auch weghauen, wenn wir keine Pfeile haben. Erstmal ein bisschen ordnen. Oh, alles übereinander, was übereinander gehört. Und die tauschen wir mal aus. Und dann geht's los. Müssen wir erstmal... Na gut. Holz hacken. Hab ich ja gerade eben schon gesagt. Dazu gehen wir natürlich wieder in den Dschungel. Da gibt's ja sowieso viel zu viel Holz. Das stört ja niemanden, wenn wir's holen. Und dann würde ich sagen, wenn wir genug Holz haben, ähm, begeben wir uns nochmal in die Liedsangmine, um nochmal ein bisschen zu trellern. Um... Eigentlich ja, um Eisen zu suchen oder so. Aber, äh, da mein Gesang in den letzten Folgen so gut angekommen ist und ich nur positive Kommentare dazu erhalten hab, hab ich mir gedacht, da kannst du ja öfter mal singen. Das macht ja nix. Wer weiß. Hab ich mir gedacht. Vielleicht hast du ja sogar Glück und jemand mit einer Plattenfirma guckt sich das an und dann wirst du zum Superstar. Tss. Das hab ich schon mal gehört von jemanden. Er hat gemeint, ein Let's Player, der gerne singt, würde singen, weil er hofft, dass eine Plattenfirma ihn, äh, unter Vertrag nimmt. Verrückt. Jetzt wird's ja schon wieder so dunkel. Das ist jetzt doof. Müssen wir nach Hause rühren. Irren. Ne? Vor allem rühren. Bevor die Monster kommen. Ach komm, den Baum, den wir auch noch mit. Dabei die erste Axt weg. Hab ja für Nachschub gesorgt, oder für Ersatz gesorgt. Da ist das nicht so schlimm. Nichts mehr da. Doch da oben ist noch einer. Wie viel haben wir denn jetzt? 13 und 7. 20. Da ist schon wieder ein Creeper. Hallo, Mr. Creeper. Ah, die nehmen auch Fallschaden. Das ist ja interessant. Jaaaa. Ehh. Ehh. Ist da. Nochmal zu nem Turm da oben. Da. Da. Ganz oben. Da. Äh. Noch mehr Viecher. Noch mehr Viecher. Ich hab mir überlegt. Ich hab ja schon gesagt, ich mach da oben ne Festung hin. Das heißt, ich hülle den Berg aus. Das heißt, muss ich gar nicht aushüllen. Der ist ja schon ausgehöhlt. Da brauchen wir eine riesige Festung rein. Hab ich mir gedacht. Das dauert natürlich seine Zeit. Ach komm. Lieg mich am Arsch, du scheiß Skelett. Bringt das Blocken überhaupt was? Keine Ahnung. Ich hab so viel, es bringt nichts. Was? Was? Das ist jetzt schon wieder? Du. Piss dich. Geh auf mein Lohn! Hm. Also verpiss dich vor meinem Grundstück. Du auch. Verpiss dich vor meinem Grundstück. Niemand mag dich, Mr. Zombie. Wir sind echt mal Zäune aufbauen. Das wird ja schlimm hier. Hä? Achso. Ach komm. Halt die Fresse. Erstmal was anständiges futtern. Was sollen wir hier? Einen Eichensitz nehmen? Na gut. Da. Eiche. Bekommst du einen Freund. Hm. Sieben Minuten. Da sind wir schon. Hab kurz geguckt. Die. Jetzt steht da natürlich mein Stativ im Weg. Weil ich hier ein bisschen umgeräumt hab. Ja. Geht eigentlich. So. Machen wir mal ein paar Eichenholzbretter. Und dann machen wir noch ein paar Schumpelholzbretter. Und dann machen wir daraus noch ein paar... Keine Ahnung. Stücke? Und dann machen wir daraus ein paar... Eisenspitzsacke, würde ich sagen. So. Den Rest, den tun wir wieder mal da rein. Kakaobohnen, Schießpulver, Schießpulver. Pfeilbogen, fördertes Fleisch, Eisenspitzsacke. Und den Rest, den behalten wir mal. Warte, ich muss mal irgendwie leiser bei mir machen. Warte. So. Das Spiel war ein bisschen laut. Also hier bei mir auf dem Kopfhörer. Eigentlich hab ich den Steinlachs dabei. Ach, jetzt hab ich vergessen, das Holz reinzutun. Ups, jetzt hab ich die Hake reingetan. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen ja nicht haken. Dann gehen wir mal zur Liedsangmine. Die weiß ich aber noch, wo sie ist. Glaube ich. Hoffe ich. Über die Brücke aus Gras. Vorbei am Eisbaum. Eisbaum. Was ist das? Das wäre doch ein stinknormaler Baum, der im Eis wächst. Und hier ist sie, die Liedsangmine. Da muss ich mal ein Schild aufstellen. Wie mach ich Schilder? Sind die hier? Dekoration. Teppich. Schwarze Wolle, grüne Wolle, blaue Wolle. Buch, Goldbahn. Das ist ja alles Quatsch. Wo gehst du da oben hin? Nirgends. Machen da trotzdem eine Fackel rein. Denn da, wo es dunkel ist, da kommen die Monster. Hab ich sowas gehört? Äh, gehört hab ich das so. Das gefällt mir nicht, das ist ein bisschen zu niedrig. So. Ich stoße mir immer den Kopf, wenn ich da runter geh. Ich hör schon nasse Wasser. Plätscher. Was ist das hier? Hinab in die Tiefe. Wo geht's denn hier lang? Wo waren wir denn das letzte Mal? Ah, hier waren wir noch nicht. Äh, Zombies sind auch schon da? Das ist, äh... Es ist wunderbar. Hallo Zombies, hier sind wir, eure neue Nacht... Boah, da gibt's die von, da? Da muss ich mal einen Weg runter bauen, irgendwie. Mit einem Leiter oder sowas. Wenn das geht. Aber jetzt brauchen wir erstmal Kohle. 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 Wie gesagt, man muss hier singen. Also, man muss hier singen. Mit Eisen... Mit Eisen... In der Stimme... In der Stimme... Eisen in der Stimme... Ich weiß gar nicht, ob sich das gut anhört. Und... Wahrscheinlich die abonnieren jetzt alle und... Views gehen runter und überall Thumbs down und alles. Aber scheißegal. Ich muss hier singen. Das ist die Lied-Sang-Mine. Die Lied-Sang-Mine... Die... 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 Ich hab keinerlei Gesangstraining. Nur zur Info. Falls sich wer wundert. Das hört man wahrscheinlich auch. Du hast deine Nachricht erhalten von Granate Ping-Pong. Huch, hier geht's ja runter. Da kommen mir Tränen in die Augen bei dem Schüttels. Ich hätte ne Schaufel mitnehmen sollen, verdammt. Ne Schaufel, ne Schaufel, ne Schaufel. Zum Wegschaufeln. Ist das nicht schön? Zum Schaufeln. Von diesem Kies. Oh, das war jetzt falsch. Ich hab keine Schaufeln. Doch ich habe Wiener und Kartoffeln. Aber nicht im Spiel. Dafür hab ich... Ganz viel Kohle. Ganz viel Kohle. Ganz viel Kohle. Mit dich, Akkule. Kann ich mein Ohrhaus entfrieren. Doch liegt gar nicht viel Schnee. Ich hab keine Ahnung, was ich hier singe. Doch ich muss singen. Denn das ist die Liedsanghöhle. Und wie man hört, bin ich. Auch erst neun. Ich bin neun. Was? Was geht's hier? Hier geht's zu weit runter. Ich fühl mich verloren. Hier kommen hier nie wieder raus. Hm? Was ist das? Es ist nichts. 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 Was ist das? Es ist auch nichts. 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 Ich hacke nichts. Mit meiner Spitzhacke. Mit meiner Spitzhacke. Aus Stein. Geht ihr bestimmt voll auf die Nerven, nicht wahr? Deswegen mach ich's ja. Ich bin so einer, dem darf man nicht sagen, dass er was nicht machen soll. Sonst macht das es recht. Kleiner Rebell. Ich rebelliere gern. Denn das gefällt mir sehr. Da hast du Pech gehabt. Hier ist auch wieder ein roter Stein. Der bringt uns doch gar nichts. So. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Rauskommen. Komm ich denn hier wieder raus? Wir müssen was futtern. Ich esse mein Steak in der Mine. Ohne Pfeffer. Das schmeckt schlecht. Es ist schon ganz kalt. Genauso wie ich. Denn ich bin hier in der Mine. Der Liedsang Mine. Mach ich dir. Ich hab ja nicht mal eine Melodie. Oh, wir sind bei 16 Minuten. Und da wir bei 16 Minuten sind, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.